Wir müssen ihn zurückholen. Passen Sie auf, wo Sie hingehen. Alles wird gut werden. Wohin fahren Sie? Wohin fahren Sie? Where are you leaving for? Was meinen Sie damit? What are you talking about? Ich verstehe das nicht. I don't understand. Möchten Sie etwas weinen? Would you like some wine? Wann wird es fertig sein? When will it be ready? Sie sind klüger als er. You're smarter than him. You're smarter than him. Ist alles in Ordnung? Is everything okay? Haben Sie sie schon getroffen? Have they met her yet? Holen Sie Ihre Kleidung ab. Pick up your clothes. Ich möchte nach Hause gehen. I'd like to go home. Männlich oder weiblich? Male or female. Bitte warten Sie auf mich. Please wait for me. Wollen Sie mit mir gehen? Do you want to go with me? Do you want to go with me? Ich habe zugenommen. Ich bin zufrieden. I feel satisfied. Nein, niemals. No, never. Ja, in der Tat. Yes, indeed. Das denke ich auch. I think so, too. Hören Sie auf zu drängen. Quick pushing Er ist ein großer Esser. He's a big eater. Das kann ich Ihnen nicht sagen. I can't tell you. Ich bin so leichtgläubig. Ich bin so leichtgläubig. I'm so gullible. Es ist nur mein Hund. It's just my dog. Wie ist Josel? What's Jo like? Mit Vergnügen. Mit pinnen. Mit virtuellen. Mit inferior. Habe ich Sie wachgehalten. Did I keep you up? Did I keep you up? Essen Sie nicht so viel. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gut, Sie kennenzulernen. Ich hatte eine gute Zeit. Ich kann sie nicht vergessen. I can't forget you. So habe ich das nicht gemeint. I didn't mean that. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Überzeugen Sie sich selbst. See for yourself. Das klingt einfach. That sounds easy. Das ist Erpressung. That's blackmail. That's blackmail. Zeit ist kostbar. Time is precious. Time is precious. Zwei Bier, bitte. Two beers, please. Two beers, please. Two beers, please. Two beers, please. Beruhigen Sie sich. Calm down, will you? Calm down, will you? Calm down, will you? Wie hat es Ihnen gefallen? How did you like it? How did you like it? Ich kenne diese Person. Ich spiele gerne Golf. Darauf würde ich nicht wetten. Es geht um Alles oder Nichts. It's all or nothing. Das ist in etwa richtig. That's about right. Sie sagten, Sie würden es tun. You said you would. Sind Sie im Urlaub? Are you on vacation? Are you on vacation? Er hat gerade geheiratet. He just got married. Ich bin eine Naschkatze. I have a sweet tooth. Ich habe den Flug verpasst. I missed the flight. Ich hänge hier nur rum. I'm just hanging out. Es ist brütend heiß. It's blistering hot. Du bist der Richtige für mich. You're the one for me. Könnte ich Sie wiedersehen? Could I see you again? Haben Sie etwas gesagt? Did you say anything? Mögen Sie Baseball. Do you like baseball? Ich werde dich heiraten. Ich werde dich heiraten. Es ist wie ein Traum. It's just like a dream. John ist der Größte. John ist der Größte. John ist der Größte. Bringen wir es hinter uns. Let's get it over with. Nehmen Sie mir das Wort ab. Take the word from me. Wann fahren wir ab? What time do we leave? Wo ist der Ruheraum? Where's the restroom? Sie haben mich enttäuscht. You disappointed me. Sie sind herzlich willkommen. You're quite welcome. Wissen Sie darüber Bescheid? Do you know about that? Er hat mir alles erzählt. He told me everything. Die Hitze bringt mich um. The heat is killing me. Wir hören nichts von ihm. We do not hear from him. Wie sieht das aus? What does it look like? Wo soll ich sie treffen? Where shall I meet you? Where shall I meet you? Sie sollten sich schämen. You should be ashamed. Sie können gerne bleiben. You're welcome to stay. Wann sind Sie verfügbar? When are you available? Würden Sie mich anrufen? Would you give me a call? Would you give me a call? Ihr Parfüm ist stark. Your perfume is strong. Your perfume is strong. Blumenkohl. Cauliflower. Cauliflower. Hochachtungsvoll. Respectful. Wohin möchten Sie gehen? Where do you want to go? Where do you want to go? Die Wand hat Toren. The wall has ears. The wall has ears. Wie viel möchten Sie? How much would you like? How much would you like? Gehen Sie geradeaus weiter. Go straight ahead. Haben Sie Kaffee? Do you have any coffee? Do you have any coffee? Er ist noch ein Kind. He is just a child. Ich bin zu weit gegangen. I went too far. Es ist ein windiger Tag. It's a windy day. Spielen Sie keine Spiele. Don't play games. Don't play games. Ich habe es auch genossen. I enjoyed it too. Lasst uns fangen spielen. Let's play catch. Lasst uns ein duett singen. Let's sing a duett. Das ist ein guter Witz. Das ist ein guter Witz. That's a good one. That's a good one. Rufen Sie mich irgendwann an. Call me sometime. Seien Sie kein Angsthase. Don't be a chicken. Tun Sie es für sich selbst. Do it for yourself. Ich habe das nicht bestellt. I didn't order this. I didn't order this. Ich muss jetzt gehen. I have to get going. Ich bin nicht interessiert. I'm not interested. Heute ist Glückstag. It's your lucky day. Das ist ein schönes Hemd. That's a nice shirt. Das ist für mich in Ordnung. That's fine with me. Das ist nicht korrekt. That's not correct. Zeit zum Schlafen gehen. Time to go to sleep. Ich schätze, Sie haben recht. I guess you're right. I guess you're right. Ich liebe dich wirklich. I really do love you. Das wäre großartig. That would be grand. Dieses Fleisch ist zart. This meat is tender. Können Sie das buchstabieren? Could you spell that? Could you spell that? Tun Sie etwas dagegen? Ich habe nur geträumt. Ich habe nur geträumt. I was just daydreaming. Was sind Ihre Symptome? What are your symptoms? What are your symptoms? Wie geht alles voran? How's everything going? How's everything going? Fahren Sie vorsichtig. Be careful driving. Be careful driving. Welche ist billiger? Which one is cheaper? Which one is cheaper? Arbeiten Sie heute. Are you working today? Are you working today? Are you working today? Wohin kann ich das schicken? Where can I mail this? Where can I mail this? Es ist noch viel Zeit. There's plenty of time. There's plenty of time. Das habe ich noch nie getan. I've never done that. Wissen Sie, wo sie ist? Do you know where she is? Sie haben es so gewollt. You ask for it. Nein, tue ich nicht. No, I'm not. Nein, ist es nicht. Nein, noch nicht. No, not yet. Ich habe es ihm ja gesagt. Ich habe es ihm gesagt. Ich habe es ihm gesagt. Ich habe es ihm gesagt. Stellen Sie das Wort stumm. Mute das Wort. Mute das Wort. Mute das Wort. Niemals aufgeben. Never give up. Never give up. Sicher, nur zu. Sure, go ahead. Ich bin ein Teetrinker. I'm a tea person. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe kein Geld mehr. I'm out of money. I'm out of money. Es ist Zeit zum Essen. I'm out of money. It's time to eat. It's time to eat. Auf Wiedersehen! See you around. Kann ich ein Bad nehmen? Can I take a bath? Ich habe einen Verlobten. Ich habe einen Verlobten. I have a fiancé. Ich habe heute Glück gehabt. I'm in luck today. Ich bin Ihnen sehr dankbar. I'm much obliged. Das ist alles, was ich weiß. That's all I know. Wann ist dies fällig? When is this due? Eine Decke, bitte. A blanket, please. A blanket, please. Wie ist Ihr neuer Job? How's your new job? Ich traf ihn zufällig. Ich werde nie betrunken. Ich werde nie betrunken. I never get drunk. Gibt es dafür einen Grund? Is there a reason? Is there a reason? Heute ist es windig. It's breezy today. It's breezy today. It's breezy today. Er ist Kettenraucher. He's a chain smoker. He's a chain smoker. Wie ist es ausgegangen? How did it turn out? Wie war das Ballett? Wie war das Ballett? Wie war das Ballett? Wie war das Ballett? Ich muss sie gehen lassen. Ich muss sie gehen lassen. Ich verstehe, was sie meinen. I see what you mean. Ich habe mich entschieden. I've made up my mind. Es ist sehr beschämend. It's very shameful. Das klingt großartig. That sounds great. Etwa fünf Minuten. About five minutes. Er ist sehr beleidigend. Er ist sehr offensivend. Ich habe ein Geständnis. I have a confession. Ich weiß, was ich tue. Ich glaube, er mag sie. Ich glaube, er mag sie. Es steht ihnen gut. Es steht ihnen gut. Es steht ihnen gut. Es könnte heute regnen. Es war wirklich lustig. Was ist mit dem hier? Was ist mit dem hier? Was ist mit dem hier? Wie ist die Zeit? Was ist die Zeit? Wo haben Sie es gekauft? Where did you buy it? Auf das neue Jahr! Here's to the new year! Here's to the new year! Wie viel wiegen Sie? How much do you weigh? How much do you weigh? Ich kann Ihnen nicht folgen. I'm not following you. Kann ich hier parken? Is parking okay here? Is parking okay here? Es war nur ein Treffen. It was just a meeting. It was just a meeting. Wir fahren nach Hawaii. We're going to Hawaii. Wo sind die Snacks? Where are the snacks? Where are the snacks? Where do you live now? Where do you live now? Alles ist möglich. Anything is possible. Anything is possible. Es ist bereits Mitternacht. It's midnight already. It's midnight already. It's midnight already. Sind Sie gut im Singen? Are you good at singing? Darum geht es nicht. That's beside the point. Wann beginnt sie? What time does it begin? Ich werde sie unterrichten. Ich werde sie unterrichten. I will teach you through. Die Antwort ist null. The answer is zero. Bitte sprechen Sie langsam. Please speak slowly. Please speak slowly. Bitte sprechen Sie langsamer. Please speak slower. Please speak slower. Wo haben Sie das gelernt? Where did you learn it? Where did you learn it? Mögen Sie Ihren Chef? Do you like your boss? Do you like your boss? Do you like your boss? Es geht zu weit. It's going too far. It's going too far. Er kam mit dem Zug. He came by train. Er ist auf Leitung 1. 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 Aber ich kann nicht anders. Aber ich kann nicht anders. But I can't help it. But I can't help it. Spielen Sie nicht den Dummen. Don't play stupid. Er ist ein guter Mensch. Er ist heute nervös. Ich danke Ihnen vielmals. Wie lautet die Antwort? Was ist die Antwort? Beschimpfen Sie mich nicht. Don't call me names. Wie ist das Eheleben? How's married life? Ist irgendetwas merkwürdig? Is anything weird? Einen Moment bitte. One moment, please. Ich weiß es nicht genau. I don't know for sure. Behalten Sie ihn im Auge. Keep your eye on him. Das wird der Tag sein. That will be the day. Wer hat sie angerufen? Who is calling you? Sie sind zu großzügig. You're too generous. Ich bin mit der Arbeit fertig. I'm done with the work. Es ist bereits dunkel. It's already dark out. Warum beeilen Sie sich? Why are you hurrying? Sie haben völlig recht. You're exactly right. Sie sind zu gut für mich. You're too good for me. Bitte fegen Sie den Boden. Bitte fegen Sie den Boden. Please sweep the floor. Please sweep the floor. Was werden Sie tun? Was werden Sie tun? Was werden Sie tun? Nein. 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 Sie haben kein Geld. They don't have any money. Ich bin bald wieder da. I'll be back soon. Haben Sie genug Geld? Do you have enough money? Arbeiten Sie morgen? Are you working tomorrow? Etwas mehr, bitte! A little more, please! Gehen Sie geradeaus! Go straight forward! Wer hat Sie das gelehrt? Who taught you that? Bitte erzählen Sie mir mehr! Please tell me more! Haben Sie eine andere? Do you have another one? Do you have another one? Wann ist der Geburtstag? Was ist dein Geburtstag? Was ist dein Geburtstag? Was ist dein Geburtstag? Das geht sie nichts an! None of your business! None of your business! Was ist mit ihnen los? 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 Sie ist nicht gut drauf. She's under the weather. She's under the weather. Ich habe kein Bargeld mehr. I'm out of cash. I'm out of cash. Machen Sie keine Dummheiten! Don't act silly! Don't act silly! Stellen Sie sich nicht dumm! Don't play dumb! Ich bin in der zweiten Klasse! 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 Es ist ein großer Tag! Es ist ein großer Tag! It's a great day! Sie sehen großartig aus! You look great! Seien Sie nicht egoistisch! Don't be selfish! Freut mich, Sie kennenzulernen! Glad to meet you! Woher wussten Sie das? How did you know? Ich habe mir die Hand verbrannt. I burned my hand. Es steht auf dem Kopf. It's upside down. Wie wäre es mit einem Drink? How about a drink? Ich mache mir nichts daraus! I don't care for it! Ich hasse diese Klasse! I hate this class! Schauen Sie auf meine Kamera! Look at my camera! Look at my camera! Daran besteht kein Zweifel! No doubt about it! No doubt about it! Bleiben Sie mir vom Leib! Stay away from me! Stay away from me! Was gibt es zum Abendessen? Was ist zum Abendessen? Was ist zum Abendessen? Was ist zum Abendessen? Er ist sehr hart zu mir! Er ist sehr hart zu mir! He's very hard on me! Ich werde es in Betracht ziehen! Ich werde es in Betracht ziehen! I will consider it! In etwa zwei Stunden! In about two hours! Es braucht noch mehr Arbeit! It needs more work! Das riecht großartig! Das riecht großartig! Das riecht großartig! Das riecht großartig! Wie lautet Ihre Antwort? What's your answer? Du hast mir das Herz gebrochen. Du hast mein Herz gebrochen. Könnte ich klein Geld haben? Könnte ich ein Veränderungen haben? Er sagte, er mag sie. He said he likes you. Wie lang sind die Haare? How long is the hair? Ich dachte, ich kenne sie. Ich bin geschäftlich hier. Darf ich ihre Hand halten? Kann ich mit Ihnen sprechen? May I speak with you? Das ist schön zu hören. Das ist der schwierige Teil. Was war das für ein Lärm? Was war das für ein Lärm? Erzählen Sie Lügen? Ich bin nicht ihrer Meinung. Ich bin nicht ihrer Meinung. Ich bin nicht der Wahrheit. Ich sage die Wahrheit. Ich bin nicht der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Niemand weiß es genau. No one knows for sure. Welche Art wollen Sie? What kind do you want? Sie arbeiten immer spät. Do you always work late? Er hat nichts gesagt. He didn't say anything. Das geht Sie nichts an. Dies ist der Hauptpunkt. Was halten Sie von mir? What do you think of me? Wann immer Sie frei sind. Whenever you are free. Wo ist Ihr Unternehmen? Where is your company? Sie sind so sympathisch. You're so sympathetic. Vielen Dank für die Warnung. Thanks for the warning. Warum? Warum? Why? Süßkartoffel Sweet potato Sweet potato Kabin Bezahlung Construction Construction Bezahlen Pay Up Dies ist sehr wichtig. Dies ist sehr wichtig. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Thanks for your help. Ich habe meine Uhr verloren. I lost my watch. Haben Sie eine Freundin? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Ich komme sofort. I'm coming right now. Haben Sie ein Problem? Do you have a problem? Do you have a problem? Was würden Sie gerne essen? What would you like to eat? Ist es kalt draußen? Wann wird er zurückkommen? Wann wird er zurückkommen? will er zurückkommen? Er hat eine Wahl gewonnen. 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 Das ist alles, was ich brauche. That's all I need. Ich bin ein Fußballfan. I am a football fan. Good for you guys. Darf ich fragen, warum? May I ask why? Hören Sie auf zu scherzen. Stop joking. Stop joking. Ich habe sie nicht gefragt. Ich fühle, dass es heiß ist. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. I'm free all night. I'm free all day. Das ist kein Problem. It's no trouble. Das ist unklar. That's unclear. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser.